Und wir können jetzt auch gerne anfangen. Herzlich willkommen am Sonntag zu Brasant. Wir schauen auf die Themen an diesem Tag. Es geht gleich mit gewaltigen Bildern los. Denn so sieht es aus, wenn ein Auto mit Gastank explodiert. Diese Gastanks gelten als vermeintlich sicher. In diesem aktuellen Fall hat aber ein Unfall zu dieser Explosion geführt. Und dann kann man nur noch ganz schnell raus aus diesem brennenden Ding. Neun Menschen haben sich bei dieser Katastrophe verletzt.